Thema Alkohol oder Drogentest. Mein Name ist Rechtsanwalt Christian Demuth, Fachanwalt für Strafrechtsspezialist für Verkehrsstrafrecht aus Düsseldorf. Nehmen wir mal an, ihr kommt in eine Polizeikontrolle. Jetzt werdet ihr gefragt, habt ihr Alkohol oder Drogen konsumiert? Könnt ihr natürlich die Frage nicht beantworten und vielleicht habt ihr Glück und dürft weiterfahren. Wenn der Polizist allerdings den Eindruck hat, dass ihr Alkohol getrunken habt oder vielleicht sogar Drogen konsumiert hattet und die Polizisten sind natürlich darauf geschult, das zu erkennen, also bestimmte Beweisanzeichen zu sehen, wie zum Beispiel erweiterte Pupillen oder fehlende Pupillenreaktion oder natürlich Atemalkoholgeruch, der dann aus dem Fahrzeuginneren herauskommt, dann wird man euch auffordern, einen sogenannten Vortest durchzuführen. Vortest deswegen, weil die Ergebnisse dieser Tests noch nicht als Beweismittel verwendet werden dürfen. Diese Tests sind lediglich dazu bestimmt, einen Anfangsverdacht festzustellen. Also wenn der Drogentest anschlägt, meistens läuft das so ab, dass man dann Urin auf einen sogenannten Teststreifen abgeben soll. Dann darf man sich natürlich irgendwo hinter die Büsche schlagen oder irgendwo verdeckt, diesen Urin dann eben auf diesen Streifen abgeben und der Test verfärbt sich, dann ist das eben ein Anfangsverdacht, dass ihr eine Droge konsumiert haben könntet. Beim Alkoholtest müsst ihr in ein Vortestgerät pusten. Da müsst ihr dann eine gewisse Zeit reinpusten und dann zeigt das Gerät einen Wert an. Und dieser Wert ist dann die Atemalkoholkonzentration. Und das Gerät zeigt also Milligramm pro Liter Atemluft an. Das ist der Wert, der dann auf dem Display erscheint. Ist also nicht der Promillewert, sondern die Atemalkoholkonzentration. Promille ist ja Blutalkohol. Und der Polizist wird aufgrund dieses Ergebnisses dann weitere Maßnahmen veranlassen. Also wenn er den Eindruck hat, dass ihr hier mehr als 0,5 Promille habt oder mehr als 0,25 Milligramm pro Liter Atemluft, was das Gerät eben anzeigt, also multipliziert mit zwei ergibt Pi mal Daumen den Promillewert, dann werdet ihr auf die Wache mitgenommen, wo dann ein beweisrelevantes Atemalkoholmessgerät steht. Das ist in Deutschland das Gerät namens Träger Evidential. Da gibt es nur dieses. Das ist natürlich dann auch geeicht. Wenn also der Verdacht besteht, dass ihr weniger zwischen 0,5 und 1,1 Promille habt, dann werdet ihr aufgefordert da rein zu pusten. Und zwar zweimal innerhalb von zehn Minuten muss man da rein pusten. Und der Wert, der dann da rauskommt, ist dann der vorwerfbare Atemalkoholwert. Also die vorwerfbare Atemalkoholkonzentration liegt, die über 0,5 Promille oder über 0,25 Milligramm pro Liter Atemluft wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Wenn der Polizist allerdings den Verdacht hat, dass ihr über 1,1 Promille sein könntet, wird er eine Blutentnahme anordnen. Die wird er übrigens auch dann anordnen, wenn ihr euch weigern solltet, diesen Atemalkoholtest mitzumachen. Dann ist die Polizei berechtigt, eine Blutentnahme auch gegebenenfalls unter Zwang vorzunehmen. Da kommt man im Grunde nicht drum herum. Kann allerdings auch ein Vorteil sein, dass es eine gewisse Zeit dauert, bis man auf der Wache dann eben Blut abgenommen bekommt. Weil ja in dieser Zeit, in dieser Stunde, die dann zumeist vergeht, der Alkohol im Körper auch schon wieder etwas abgebaut wird. Und dann kann man natürlich genau diese Zeit gebraucht haben, um weniger als 1,1 Promille Blutalkoholkonzentration aufzuweisen und so einer Strafbarkeit zu entgehen. Denn ihr wisst ja, ab 1,1 Promille liegt bereits eine Straftat vor. Da geht man ohne weiteres von absoluter Fahruntauglichkeit aus. Bei Drogen ist es so, wenn dieser Vortest positiv reagiert, dann werdet ihr ebenfalls auf die Wache mitgenommen. Oder wenn ihr eben diesen Vortest verweigert, was ihr ja dürft, werdet ihr auch auf die Wache mitgenommen. Und dort wird dann eine Blutentnahme angeordnet. Und auch da ist es so, dass nur das Ergebnis der Blutuntersuchung als Beweismittel vor Gericht und in dem Bußgeldverfahren anerkannt ist. Also dann wird die Blutprobe zu einem Labor geschickt. In der Regel ist das die Rechtsmedizin. Und dort wird die Blutprobe ausgewertet. Und dann sieht man ganz genau, wie viel von der entsprechenden Substanz, zum Beispiel THC, in dem Blut vorhanden war. Und man sieht auch noch bestimmte Abbauprodukte, zum Beispiel bei THC, THC, COOH, woraus dann auch gewisse Schlussfolgerungen getroffen werden können. Und wenn dieser Wert dann über der Nachweisgrenze liegt, dann steht also fest, dass ihr ein Fahrzeug unter dem Einfluss eines berauschenden Mittels geführt habt. Und es wird ein Bußgeldverfahren gegen euch eingeleitet, wo dann entsprechend Geldbuße und Fahrverbot drohen. Und, was man schon mal im Kopf haben sollte, übrigens später auch die Anordnung einer MPU durch die Fahrerlaubnisbehörde. Denn die Polizei macht in solchen Fällen bei Drogen meistens schon eine Quermetallung an die Führerscheinbehörde, die dann ein eigenes Verfahren zur Überprüfung eurer Fahreignung einleiten wird. Also, ihr seid grundsätzlich nicht verpflichtet, solche Tests am Fahrzeug, solche Vortests durchzuführen. Wenn ihr euch aber weigert, werdet ihr mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Wache mitgenommen, wo dann eine Blutentnahme angeordnet wird, der ihr euch leider nicht entziehen könnt. Das darf der Polizist dann oder die Polizistin dann einfach anordnen. Ja, wenn ihr zu diesem Thema noch Fragen habt oder Kommentare, dann könnt ihr euch hier unten in diesem Link eintragen und Kontakt zu mir aufnehmen. Wenn ihr betroffen seid, dann schaue ich mir euren Fall auch gerne an und würde mich freuen, euch zu helfen.